Jesus war Jude und hat in Israel gelebt. Warum aber wurden dann die Evangelien in Griechisch verfasst und nicht in Hebräisch oder Aramäisch oder Latein? Einige der Gründe dafür erfährst du in diesem Video. Bleib dran! Von verschiedenen Leuten hört man den Vorwurf, dass die Evangelien nicht die originalen Worte von Jesus enthalten würden, weil sie in Griechisch verfasst worden sind. Denn die Sprache der Juden ist, wie wir alle wissen, Hebräisch und nicht Griechisch. Außerdem war in der damaligen Zeit Aramäisch die Verkehrs- und Handelssprache des Mittleren Ostens und damit auch die Sprache, die in Israel gesprochen wurde. Und die Evangelien geben ja selbst einige Indizien dafür, dass Jesus in Aramäisch gepredigt hat. Wenn, dann hätten also die Evangelien in Aramäisch geschrieben worden sein müssen, nicht in Griechisch. Das ist ein interessanter Vorwurf, hat aber keine besonders gute Grundlage. Zuerst mal Griechisch, die Sprache, in der das gesamte Neue Testament verfasst wurde, war in Israel sehr wohl verbreitet. Im westlichen Teil des Römischen Reiches wurde hauptsächlich Latein gesprochen, im östlichen Teil des Römischen Reiches aber hauptsächlich Griechisch. Viele der wichtigsten römischen Historiker und Schreiber dieser Zeit haben ihre Werke auch darum in Griechisch verfasst. Durch Alexander den Großen und seine Eroberungsfeldzüge haben sich sowohl die griechische Kultur als auch die griechische Sprache weit verbreitet und das auch in Israel. Das erkennt jeder aufmerksame Bibelleser schon an den ganzen Namen von vielen Juden im Neuen Testament, die griechisch und nicht hebräisch waren, Kleopas, Alpheus oder einer der Apostel Jesu Philippus. Craig Blomberg schreibt über die Ausbreitung von griechischer Kultur und Sprache folgendes. Ohne Zweifel war das durchdringendste Ergebnis von Alexanders Eroberung die Ausbreitung der griechischen Sprache selbst. Fast jeder, der geschäftlich mit den griechischen Soldaten und Händlern zu tun hatte, die in jedem städtischen Zentrum ansässig wurden, musste etwas Griechisch lernen. So kam es, dass viele Juden Palästinas innerhalb des ersten Jahrhunderts sehr wahrscheinlich selbst zwei bis drei Sprache gewesen sind, mit einigen Hebräischkenntnissen, wahrscheinlich auf den Gebrauch religiöser Literatur eingeschränkt, mit Aramäisch als ihrer üblichen Muttersprache und mit Griechisch als Geschäfts- und Handelssprache sowie als Kommunikationssprache mit militärischen und politischen Autoritäten. Die Evangelien berichten über Jesus, dass er vor seinem öffentlichen Auftreten Zimmermann gewesen ist. Was bedeuten würde, dass er ziemlich sicher auch mit griechischsprachigen Händlern zu tun hatte. Außerdem berichten sie davon, dass Jesus mit militärischen und politischen Autoritäten gesprochen hat, wie dem Stadthalter Pilatus oder römischen Generälen. Er gehörte also zu genau der Gruppe an Juden, bei denen man laut Blomberg davon ausgehen kann, dass sie Griechisch sprechen konnten. Außerdem lesen wir über Jesus, dass er im sogenannten Zehn-Städte-Gebiet gewirkt hat, das auch griechischsprachig war. Wir haben also einige Gründe anzunehmen, dass Jesus sehr wohl Griechisch sprechen konnte und seine Jünger Teile seiner Worte in ihrer Originalsprache verschriftlicht haben. Der griechische Einfluss war damals aber nicht nur in Israel, sondern im gesamten römischen Reich spürbar. Und es lebten Juden nicht nur in Israel, sondern über das ganze römische Reich verbreitet. Im ersten Jahrhundert etwa waren es vier Millionen Juden im römischen Reich, davon aber haben nur sieben bis achthunderttausend in Israel selbst gelebt. Und viele von ihnen haben mit der Zeit Hebräisch total vergessen oder beherrschten es wesentlich schlechter als die griechische Sprache. Und deswegen musste ja auch die Septuaginta geschrieben werden, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, weil Juden ihre Schriften nicht mehr in der Originalsprache Hebräisch lesen konnten. Die Botschaft des Evangeliums sollte aber nicht nur die Juden erreichen. Und weil Griechisch eben in weiten Teilen des oströmischen Reiches die Hauptsprache gewesen ist, war es das absolut Sinnvollste, die Evangelien auch in Griechisch zu schreiben, sodass sie einer möglichst breiten Leserschaft zur Verfügung stehen konnten. Und das war Gottes Ziel, alle Menschen zu erreichen. Und deshalb wäre es sinnlos gewesen, die gesamte Welt dazu bringen zu wollen, sich mit einer Schrift und einem Jesus auseinanderzusetzen, zu dem sie keinen sprachlichen Zugang haben. Jesus hat Aramäisch gesprochen, aber aus einem einfachen Grund, weil die Leute, die er vor sich hatte, Aramäisch gesprochen haben. Gott geht es darum, Menschen mit seiner Botschaft zu erreichen. Und die Sprache, mit der er das macht, ist dabei nur Mittel zum Zweck. Gott geht es nicht darum, dass überall auf der Welt die Menschen, die an ihn glauben, eine hebräische, griechische oder aramäische Kultur aus dem ersten Jahrhundert kopieren müssen oder die Sprache zuerst lernen müssen, um sein Wort zu sprechen. Ihm geht es um die Botschaft. Und die kann in verschiedenen Sprachen und in verschiedenen Übersetzungen weitergegeben werden. hier причieren, Untertitelung des ZDF, 2020